Hallo der CNC Experten, der Kai von der Industrie Arena hier und ich stehe hier gerade auf dem Stand von Isel. Links neben mir der Herr Koch aus dem technischen Vertrieb und ich würde mich direkt mal mit der ersten Frage an Sie wenden, Herr Koch, nämlich was es hier bei der AMB für Neuheiten im Programm sind, was gibt es für Innovationen, gibt es Sachen, die hier ein besonderes Augenmerk verdient haben? Ja, schönen guten Tag, hallo, grüße Sie. Wir stehen hier schon vor einer Neuheit aus dem Hause Isel, die neue IMG 5030 mit einer innovativen Haltenheinstauerung. Hier können wir das erste Mal mit der Firma Isel eine Stahlbearbeitung durchführen im Bereich 500 x 300 mm. Die Maschine gibt es auch als Fünfachsmaschine mit einer kompletten Schwallkühlung und hier haben wir die Möglichkeit, wie eingangs schon gesagt, härtere Materialien da auch zu bearbeiten. Des Weiteren haben wir hier drüben stehen eine neue Anlage, die IMG bzw. die Overhead 5050. Hier bei dieser Maschine haben wir die Möglichkeit im Fünfachsbereich simultan zu fräsen. Materialien mit der Härte wie Aluminium, mit einer Hochfrequenzspindel, mit einer 2 kW HSD-Spindel, mit zehn automatischen Werkzeugwechselplätzen, Wasser gekühlt, bis zu 50.000 Umdrehungen die Minute. Das sind so die Highlights auf unserer Messe, die wir heute und auch den Rest der Woche gerne hier unseren Gästen präsentieren. Sehr, sehr schön. Dann würde ich sagen, vielen Dank erstmal für diesen kurzen Einblick und wir sehen uns weiterhin. Lasst Späne fliegen!